Hubert und Matthias, die Hochzeit, Fehlers bekommen Doku Dieser Weg zum Altar wird wohl recht unterhaltsam. Im diesjährigen Schungelkampf erfüllte sich für Matthias Mangiapane, 34, ein Traum, per Brief ging sein liebster Hubert Fehler, 50, vor dem 34-Jährigen auf die Knie und hielt um die Hand des TV-Gesichts an. Nach diesem außergewöhnlichen Heiratsantrag vor laufender Kamera wird sich auch die weitere Liebesgeschichte der Fehlers im Fernsehen abspielen, der einstige Urwaldbewohner und sein Schatz bekommen eine eigene Show, die sie bis zum Ja-Wort begleitet. Lange wurde darüber spekuliert, jetzt ist es ganz offiziell, wie auf seinem Facebook-Profil stolz verkündet, wird nach der Frage aller Fragen auch der Weg zum großen Tag der beiden Furteltauben mit der Kamera dokumentiert. . Unsere Sendung geht an den Start, posaunte der Blondschopf in die Sozial-Media-Welt hinaus. . Der Beginn der romantischen Reise steht bereits fest, ab dem 30. April dürfen sich die Fans des Pover-Duos dank Hubert und, die Hochzeit auf eine neue Portion Fela Charme bei Vox freuen. . Mit von der Partie ist in den sechs Folgen auch ein bekannter Profi, Weddingplaner Frontmatte, 50, bereitet das Paar auf die Feier vor. Schon vor einigen Wochen im Promiflas-Interview konnte die Frohe Botschaft kaum noch geheim halten. . Superpi antwortete der gelernte Friseur auf die Frage, ob die Trauung im TV stattfinden wird, die Hochzeit ist dieses Jahr, aber mehr sag ich dazu jetzt nicht. . Das könnte vielleicht sein, dass die Zuschauer das im Fernsehen sehen. . Ich weiß es noch nicht, mal schauen. Werdet ihr euch die Show ansehen? Stimmt unten ab. . . . . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020